Mit 2 zu 0. Soriano jetzt mit der Möglichkeit. Oh, da wird es dem Pfiff geben und da kommt der Elfmeter jetzt für Salzburg und das, wenn es der Treffer wird, garantiert uns eine heiße Schlussphase. Aber was gibt es für eine Karte? Die gelbe Zitter da. Gelbe Karte von René Eisner. Aber gegen wen? Hast du es gesehen? Ui. Kulowicz. Dann ist es gelb-rot. Das ist jetzt los. Nein, Kulowicz kann es nicht gewesen sein. Oh ja. Kulowicz war es. Der hat aber gerade die gelbe. Ist aber noch immer da. Jetzt hat er irgendwas verpasst. Oder wir vorhin. Kulowicz sieht jetzt die gelbe. Für mich hat er die vorhin gerade bekommen. Hat die vorhin bei anderen bekommen. Vorhin war ein Foul von Kulowicz. Dann hat er sich was notiert, der Schiedsrichter. Wie auch immer. Also. Nur eine gelbe Karte für Kulowicz. Elfmeter für Salzburg. Wir sind in der 81. Minute. Soriano. Soriano gegen Königshofer. Boah, was macht denn der? Das habe ich noch nie gesehen. Zweiter Rang. Zweiter Rang beim Elfmeter. Hast du das schon mal erlebt? Nein, das habe ich noch nie gesehen. Das ist ja der Fritschtoni. Was war denn da jetzt los? Wie kommt der? Das habe ich noch nie gesehen. Weil unter. Er fährt völlig unter dem Ball. Unglaublich. Das passiert einem beim American Football nicht. Also wenn das irgendwo in Südamerika passiert, werden seine Konten durchleuchtet. Untertitelung. BR 2021